Kopplung eines Telefons mit der Freisprecheinrichtung. Wir gehen einmal auf das Telefon. Kein Telefon verbinden. Möchten Sie ein Telefon koppeln? Da sagen wir ja. Und schon sind wir im richtigen Menü. Nun nehmen wir das Telefon zur Hand und gehen einmal auf die Einstellungen. Bluetooth und scannen. Schon haben wir das Navi gefunden und klicken einmal hier auf das Telefon. Da kommt auch schon die Anfrage. Jetzt müssen wir es hier noch einmal bestätigen. Warten einen kleinen Moment. Und schon sind die Telefone gekoppelt. Jetzt bestätigen wir noch mal, dass wir das Telefonbuch freigeben. Und das war es auch schon. Telefon ist verbunden. Er lädt jetzt noch das Telefonbuch. Aber ganz einfach, innerhalb von knapp einer Minute haben wir es erledigt.